Ich glaube, es ist nie verschwendete Zeit, auf gar keinen Fall, weil ich kenne jetzt ganz viele, die nach der Schule direkt das Studium angefangen haben, Bachelor, Master und dann auch irgendwie direkt in den Job reinspringen wollen und dann das irgendwann auf die zurückkommt und die merken, ey, irgendwie habe ich gar nichts erlebt und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin will. Ich finde es nach dem Abitur vor allem oder auch nach der Schule, generell muss ja nicht das Abitur sein, aber nach der Schule eine ganz wichtige Erfahrung, zumindest eine kleine Auszeit zu nehmen, um, ich glaube, wir stecken einfach hier gesellschaftlich in einem extrem hohen Leistungsdruck drin und gerade so ein Auslandsjahr kann ganz viel Druck rausnehmen.